Hallo und herzlich willkommen zurück zu Downstuff. Alter, jedes Mal, wenn ich hier anmoderiere, ist ein Vogel da drin. Wahnsinn. So. Und der nächste bringt mir gleich den Köder. Super. So. Ich hab nicht vergessen, was wir machen wollten. Wir gehen jetzt... ...Würfelkacke suchen. Und zwar ganz schnell, bevor hier uns... Was zur Hölle ist das? Was ist das? Meine Fresse. Was ist das? Alter. Verarsch mich doch nicht. Alter, ist das krass. Was läuft hier denn rum? Wenn ich wenigstens wüsste, was das ist, dann könnte ich mal nachgucken. Alter. Mit dem will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht anlegen. Das ist doch der absolute Wahnsinn. So ein fettes Viech. Alter. Haha. Das ist schon krass. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich meine, ich weiß ja, dass es Giants gibt, aber... Ich meine, der DLC heißt so, aber so groß. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage das drückt. Ach komm, das ist so... Ach, muss ich hier jetzt alle fünf Meter so ein Lagerfeuer aufstellen? Mein Gott, das ist nicht mehr lustig. Ich will hier eigentlich nur... Ja, natürlich. Was ist jetzt los? Mhm. Ich spiele kurz mal abgekackt. So. Ich hoffe einfach mal, dass die Steppe ein bisschen wärmer ist. Den Sinn dahinter verstehe ich selber nicht. So. Hier sind die Büffel. Alter. Verarsch mich doch nicht. Ja, was soll ich denn machen? Verpisst euch. Alter, komm schon. Mir klappt aber auch wirklich gar nichts. Wieso sind denn die Viecher jetzt so aggro? Wolltet ihr eure Kacke noch behalten, oder wie? Mein Gott. Die sind alle aggro. Komisch. Ich habe ihnen eigentlich nichts getan. Was soll's. So. Haben wir ja sehr viel Kacke gefunden. Nicht. Super. Wie er einfach mal meine geistige Gesundheit ins Nichts droppt. Was soll das denn? Ich habe keinen Plan mehr von dem Spiel irgendwie. Ja, so cold. I know. Fick dich. Bin gerade minimal aggressiv. Ich weiß. Geht mir doch nicht alle auf den Sack jetzt hier. Ich gebe's auf. Nee. Ja, gebaut habe ich schon. Die Ressourcen habe ich schon verschwendet. Hammergeil. Wie mich das alles schon wieder aufregt hier. Ich mache mir jetzt hier das Lagerfeuer hin und bewege mich keinen Millimeter mehr. Ich habe ja sowieso keinen Plan von dem Spiel. Anscheinend. Auf einmal sind sie alle aggro und gehen auf mich los. Und ich habe... Alter, jetzt komm. Was soll denn das? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe sogar eine Blumenkrone auf. Ja, ich könnte sie wahrscheinlich schon... Nee. Nee, 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 nee. Alter, das kann doch nicht sein. Alter, was ist das denn? Man sollte vielleicht nicht nahe von einem Höhleneingang pennen, aber was willst du denn machen? Alter, jetzt! Ich habe so das Gefühl, lange werden wir nicht mehr überleben, wenn das so weitergeht irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel damage sie drücken, beziehungsweise wie viel sie aushalten. Also muss ich einfach wie ein Blöder die ganze Zeit im Kreis rennen. Alter, jetzt komm, verarscht mich doch nicht. Alter, jetzt komm, verarscht mich doch nicht. Was soll das denn jetzt hier? Was soll das denn hier? Was soll das denn hier? Das ist wirklich... Ich verstehe es nicht. Oh, mein Wunder, die geistige Gesundheit geht wieder nach oben. Womit habe ich das nur verdient? Komm, das kann doch wirklich nicht sein. Das läuft gerade absolut nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Und die Musik ist auch auf Dauer gar nicht nervig. Steigt doch mal schneller. Wie wäre denn das, dass ich jetzt hier die Blumen alle wieder sammle, nur damit die geistige Gesundheit wieder einigermaßen in die Höhe geht? Ach, komm. Ja, perfekt. Genau das ging mir noch ab. Meine Güte. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Vielleicht doch ein paar Killerbienen, genau. Die ganze Lage ist ja noch nicht scheiße genug. Die Frösche gehen wir auch wieder auf den Sack. So. Dann haben wir wahrscheinlich immer noch nicht genug, um alle Bärenbüsche wieder einigermaßen auf die Reihe zu bekommen. Naja, fast. Passt schon. Ach, komm. Super. Ne, ich bin gerade wunderbar angetan von diesem Spiel. Dem kann man das, glaube ich, auch machen. Ja, genau. So. Klatsche ich mir die Bären mal hier rein und esse mal ein bisschen von dem Teffi-Zeug. Das heilt wenigstens ordentlich. So. So. Gut. Die Felder sind wieder bestellt. Die Blumen. Keine Ahnung. Vielleicht verrotten die auch. Ne, halt. Wollte ich ja gar nicht. Ich wollte mir so eine Blumenkrone mal machen. Ne neue. Ne frischere. Hier geht gar nichts voran. Hm, eigentlich könnten wir auch ganz viele Blumen sammeln und dann zu den, ja, zu den Schweinen laufen. Die sorgen ja auch dafür, dass, also die kacken ja auch, wenn man ihnen, äh, Blumen hinlegt. Das werde ich vielleicht am nächsten Tag sogar mal machen. Muss ich mal gucken. So, heizen wir ihn mal ordentlich ein. Dann ruckelt das Spiel wieder. So. This is going to take a while. Dann lasst ihr Zeit. So, Holz haben wir. Bienen brauchen wir. Dann werde ich jetzt den nächsten Tag mal runterrennen zu den Schweinen. Wir da mal ein bisschen Kacke zusammen farmen. Und vielleicht finden wir ja ein paar Biene. Das wäre an sich mal recht, recht nice. Ich glaube, das Teil. Setze ich mal ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht traut sich da ein Vogel hin. Geht jetzt das wieder los. Entweder das war jetzt der Don oder das war schon wieder dieses fette Viech. Ich hoffe auf ersteres. So, was ich ja auch gesehen habe. Man kann ja, natürlich, da braucht man jetzt natürlich wieder Blumen, die ich gerade verarbeitet habe. Na ja, egal. Das nächste Ziel ist jetzt erstmal die B-Box. Was kann man denn hier machen? Muss ich mir mal ein bisschen angucken. So. Magie. Eine Panflöte. Ein Wiederbelebungsteil. Was ist das? Living Lock. Ein Purple Gem und Nightmare Fuel. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo man das ganze Zeug herbekommt. Ein Night Light. Night Armor und ein Dark Sword. Bad Bad. Belt of Hunger, keep that belly full. Ja. Ich müsste halt nur noch wissen, wo ich das ganze Zeug herbekomme. Habe ich nämlich keine Ahnung von. Und es ist ja Vollmond, also kann ich mich hier frei bewegen. Das finde ich schon wieder sehr cool. Okay. So. So. Na gut, dann ist das jetzt mal der Plan für den nächsten Tag. Darunter gehen, vielleicht ein paar Bienen fangen und Kacke von den Schweinen sammeln. Dafür müssen wir ihnen irgendwas hinlegen. Vielleicht sammle ich ein paar Blümchen. Muss ich mal gucken. So, die zwei Dinger hier hole ich mir jetzt noch raus. Das kann ich gleich mal essen. Ach, das esse ich jetzt auch noch. So, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin. Ciao.